Musik Ich denke, einerseits ist es für uns eine große Ehre, ihn hier zu haben. Auf der anderen Seite nützen wir damit auch seine Popularität, um für den Schutz der Meere und Ozeane zu werben. Und er ist sicherlich der prominenteste Preisträger bisher, aber uns fasziniert, dass er eben sehr authentisch eintritt für diese Sache, weltweit unterwegs ist für die Meere und Ozeane und insofern ist er heute auch hierher nach Kiel gekommen. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Award für mich und den SIESM akzeptiere, um die Krieg für marine Exploration und Forschung zu lösen. Wir freuen uns darüber sehr. Deutschland ist ja schon viele Jahrzehnte Mitglied im Mittelmeerforschungsrat und Kiel hat natürlich den Bezug zum Meer und zur Meeresforschung. Wir haben hier GEOMAR, die ja ganz aktiv sind, auch im Mittelmeerforschungsrat. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr angemessen, dass es diesmal in Deutschland stattfindet und große Freude, glaube ich, nicht nur für das Land Schleswig-Holstein, sondern auch für die Bundesregierung. Ja, ich denke, das ist schon eine Besonderheit, dass wir den Kongress heute hier haben und hier eröffnen konnten. Und das gibt dem GEOMAR, aber auch dem Standort Kiel und Schleswig-Holstein noch mal sehr viel Sichtbarkeit hinsichtlich der Dinge, die mit dem Meer und den Ozeanen zu tun haben. So, I'm therefore extremely pleased to declare officially open here in Kiel the 41st International SIESM Congress. I wish you a most productive and successful week. Aplausos 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 Aplausos